die costco netherlands heimathafen hongkong baujahr 2013 die costco netherlands ist 365 meter lang 51,2 meter breit und hat einen tiefgang momentan von 9 meter 70 sie kommt aus maas flagte in den niederlanden und ist unterwegs nach hamburg die schluss und hat einen tiefgang mit dem herrscherz und hat einen tiefgang mit dem herrscherz und hat einen tiefgang mit dem herrscherz Untertitelung des ZDF, 2020